Weihnachtsspezial Vokabeln und Sätze zu Weihnachten die Kerze Candle Überleg dir einen Satz mit Kerze. Beispielsatz Die Kerze ist auf dem Adventskranz. Die Kerze ist auf dem Adventskranz. Überprüf dein Wissen. Wie heißt das auf Deutsch? Die Kerze Kannst du Kerze schreiben? Sag einen Satz mit Kerze. Beispielsatz Die Kerze ist auf dem Adventskranz. Die Kerze